Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Überwachungskameras außen WLAN vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Die Ultron Outdoor Cam bietet eine beeindruckende 4MP-Auflösung mit HDR für kristallklare Aufnahmen bei Tag und Nacht, unterstützt durch Farbnachtsicht dank IR und LED-Lichtern. Mit einer 360-Grad-horizontalen und 96-Grad-vertikalen Schwenk- und Neigefunktion verpasst du keinen Winkel deines Grundstücks. Die Cam-O1 ist außerdem IP65 wetterfest und damit für jede Wetterlage gewappnet. Trotz der fortschrittlichen Funktionen könnte die Installation aufgrund der Verkabelung und die Notwendigkeit einer Steckdose in der Nähe für einige Nutzer herausfordernd sein. Zudem ist die Kamera ausschließlich mit 2,4 GHz WiFi kompatibel, was in dicht besiedelten Gebieten zu Verbindungsproblemen führen kann. Die Ultron hebt sich durch ihre Kombination aus hoher Bildqualität, umfangreichen Schwenk- und Neigemöglichkeiten und Wetterfestigkeit von vielen Konkurrenzprodukten ab. Besonders die Farbnachtsicht und die Integration mit Alexa und Google Assistant bieten einen Mehrwert, den nicht alle Outdoor-Kameras in dieser Preisklasse bieten. Die Ultron ist ideal für Hausbesitzer, die nicht nur ihr Eigentum überwachen, sondern auch mit hochauflösenden Bildern und erweiterten Funktionen wie Farbnachtsicht und Zweiwege-Audio für maximale Sicherheit sorgen möchten. Trotz der Installationsherausforderungen bietet diese Kamera ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem wenn man die hochwertigen Spezifikationen und Funktionen betrachtet. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezessionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meine Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Das erste, was mir an der Reolink Argus 3 Ultra auffiel, war ihre atemberaubende 4K-Auflösung. Diese Kamera lässt keine Details entgehen, egal ob bei Tag oder Nacht. Dank der verschiedenen Nachtsichtmodi und der Möglichkeit, zwischen 2,4 GHz und 5 GHz WiFi zu wechseln, bietet sie eine flexible und stabile Verbindung. Zudem ist die Kamera sowohl Batterie- als auch Solarbetrieben, was eine sorgenfreie Nutzung ermöglicht. Ein kleiner Kritikpunkt könnte die Nichtverfügbarkeit eines Dreh- und Neigungswinkels sein, was bedeutet, dass die Kamera in einer festen Position installiert werden muss. Die Reolink App könnte zudem reaktionsschneller sein und die Sirene der Kamera ist möglicherweise nicht laut genug, um als echtes Abschreckungsmittel zu dienen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten sticht die Argus 3 Ultra besonders durch ihre 4K-Videoqualität und die Solarbetriebsoption hervor. Während andere Kameras möglicherweise in Sachen Smart-Home-Integration oder Benutzerfreundlichkeit der App glänzen, bietet die Argus 3 Ultra eine unübertroffene Bildqualität und Flexibilität bei der Stromversorgung. Für alle, die nach einer zuverlässigen Überwachungskamera mit hervorragender Bildqualität suchen, ist die Reolink Argus 3 Ultra eine ausgezeichnete Wahl. Ihre robuste Bauweise zusammen mit der IP65-Wetterfestigkeit macht sie ideal für den Außeneinsatz unter verschiedenen Bedingungen. Obwohl es Raum für Verbesserungen in der App und bei der Sirenenlautstärke gibt, überwiegen die Vorteile der Kamera deutlich. Dank der Option, sie mit einem Solarpanel zu betreiben, ist sie besonders für Nutzer interessant, die eine umweltfreundliche und wartungsarme Lösung suchen. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen sie ihre Meinung mit und stellen sie Fragen in den Kommentaren. Die TP-Link TAPO C425 ist eine smarte, kabellose Sicherheitskamera, die dank ihrer beeindruckenden Batterielaufzeit von bis zu 300 Tagen und der Unterstützung eines Solarpanels eine unterbrechungsfreie Überwachung bietet. Die Kamera liefert 2K-QHD-Aufnahmen und bietet sowohl bei Tag als auch bei Nacht dank der Farbnachtsicht mit Starlight-Sensor scharfe und klare Bilder. Das breite Sichtfeld von 150 Grad gewährleistet, dass du einen umfassenden Überblick über dein Eigentum erhältst. Ein besonderes Merkmal ist das magnetische Montagesystem, das eine flexible Installation an verschiedenen Oberflächen und Standorten ermöglicht. Mit der kostenlosen Smart AI-Erkennung kannst du Menschen, Haustiere und Fahrzeuge präzise identifizieren, was die Sicherheit durch Reduzierung falscher Alarme erhöht. Darüber hinaus bietet die Kamera-Zwei-Wege-Audio, eingebaute Sirenen und Lichtalarme und ist mit gängigen Smart Home-Plattformen wie Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass die TAPO Solarpanel für eine Non-Stop-Stromversorgung separat erworben werden müssen. Außerdem setzt die Nutzung der Cloud-Speicherung ein Abo voraus, was zusätzliche Kosten bedeuten kann. Im Vergleich zu anderen Sicherheitskameras in dieser Kategorie sticht die TAPO C425 durch ihre lange Batterielaufzeit, die hohe Bildqualität und die Vielzahl an smarten Erkennungsfunktionen hervor. Die Unterstützung für eine erweiterte lokale Speicherung von bis zu 512 GB ist ebenfalls ein Pluspunkt. Beim Auspacken der Ring Spotlight Cam Plus Battery fiel mir sofort die robuste Bauweise auf. Dieses Gerät ist ein wahrer Wächter für Außenbereiche. Dank der 1080p HD-Videoqualität und der Farbnachtsicht entgeht dir nichts mehr, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Die Installation ist ein Kinderspiel und nimmt etwa 5 bis 10 Minuten in Anspruch, sodass du in kürzester Zeit für zusätzliche Sicherheit sorgen kannst. Ein kleines Manko stellt jedoch die Notwendigkeit einer stabilen WLAN-Verbindung und einer Mindest-Upload-Geschwindigkeit von 2 Mbit pro Sekunde dar. In Gebieten mit schwacher Internetverbindung könnte dies zu Herausforderungen führen. Zudem wiegt die Kamera mit Batterie 443 Gramm, was für einige Montageorte zu schwer sein könnte. Im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt sticht die Ring Spotlight Cam Plus durch ihre fortschrittlichen Funktionen wie anpassbare Bewegungszonen und die Farbnachtsicht heraus. Die Möglichkeit das Gerät mit Alexa zu verbinden, bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit. Die ferngesteuerte Sirene und das Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung sind weitere Pluspunkte, die sie von der Konkurrenz abheben. Zusammenfassend ist die Ring Spotlight Cam Plus ideal für Personen, die ihr Zuhause oder Geschäft mit einer hochwertigen Überwachungskamera ausstatten möchten. Die Kombination aus einfacher Installation, hochwertiger Videoaufnahme und smarten Sicherheitsfeatures macht sie zu einem ausgezeichneten Werkzeug zur Abschreckung von Einbrechern und zur Überwachung deiner Außenbereiche. Die Eufy SoloCam S40 hat mich wirklich beeindruckt. Was an diesem Gerät besonders auffällt, ist das integrierte Solarpanel, das für einen autarken Betrieb sorgt. Mit nur zwei Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag ist die Kamera ständig betriebsbereit und energiegeladen. Das macht sie zu einer hervorragenden Wahl für alle, die nach einer nachhaltigen Überwachungslösung suchen. Ein Nachteil, der mir aufgefallen ist, ist das recht große Gehäuse der Kamera. Zudem gibt es keine Unterstützung für Apples HomeKit, was für Nutzer im Apple-Ökosystem ein gewisser Nachteil sein könnte. Trotzdem überwiegen die Vorteile deutlich. Im Vergleich zu anderen Überwachungskameras sticht die SoloCam S40 mit ihrer Fähigkeit hervor, Farbnachtaufnahmen zu machen, während viele andere Modelle nur Schwarz-Weiß-Bilder liefern. Zudem ist die Kamera kabellos und lässt sich leicht installieren. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Eufy SoloCam S40 besonders gut für Personen geeignet ist, die eine zuverlässige und umweltfreundliche Überwachungskamera suchen. Mit ihrer hohen Auflösung der Farbnachtsicht und der autarken Energieversorgung durch Solarenergie setzt sie sich deutlich von anderen Modellen ab. Wer eine einfache Bedienung und Installation schätzt, wird mit diesem Modell glücklich werden. Beim Auspacken der Alu Essential 2 war ich von den vielfältigen Funktionen beeindruckt. Die Kamera bietet eine hervorragende Bildqualität in 2K-Auflösung, was für klare und detaillierte Videos sorgt. Die Farbnachtsicht ist ein echtes Highlight, da sie es ermöglicht, auch bei völliger Dunkelheit farbige Aufnahmen zu machen. Ein Punkt, der mir nicht so gut gefallen hat, war die Sirene. Obwohl sie als extrem laut beworben wird, empfand ich sie als nicht besonders laut, besonders im Vergleich zu anderen Modellen wie der Alu Ultra. Dies könnte in einer realen Sicherheitssituation ein Nachteil sein. Im Vergleich zu anderen Kameras auf dem Markt fällt die Alu Essential 2 durch ihre Integration in ein breites Spektrum von Smart Home Systemen auf. Sie ist kompatibel mit Alexa, Google Assistant und IFTT und bei Verwendung der Alu Basisstation auch mit Apple HomeKit und Samsung SmartThings. Dies erweitert die Möglichkeit zur Einbindung in bestehende Smart Home Umgebung erheblich. Abschließend lässt sich sagen, dass die Alu Essential 2 besonders für Personen geeignet ist, die eine hochwertige, leicht installierende Sicherheitskamera suchen, die sich nahtlos in bestehende Smart Home Systeme einbinden lässt. Die hervorragende Videoqualität, Farbnachtsicht und Smart Home Kompatibilität machen sie zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Sicherheitssystem. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!